Ich störe aber... ...nochmal. Vielleicht. Garantiert. Also, ein Problem mit deinem Set wäre... Sollte ich etwa? Wir verstehen uns blind. Okay, nochmal. Sorry, dass ich störe, aber der Prototouf will das so... Kapier's nicht. Was findet Taylor an Dr. Sundance? Ich hätte ihn schon längst in den Wind geschossen. Die beiden sind doch ein super Paar. Was? Dr. Sundance ist so ein krasser Macho, der denkt, nur weil er ein guter Chirurg ist, kann er sich alles erlauben. Ist irgendwas passiert? Hä? Hä? Was? Nee. Wie ist alles gut? Achso. Ja. Oder so. Ja, danke für Ihr Angebot. Oh! Hupsala! Abgebrochen! Alles gut! Okay, nochmal. Warum hast du die nicht einfach auf dem Computer gemacht? Dann könnten wir sie jetzt easy peasy einfach ausdrucken. Das ist eine Bewerbungsmache. Weißt du, sie wollen deine... deine... Sie wollen nicht deine technischen Zussisten? Sie war ziemlich begeistert und hat sehr viele Screenshots gepostet. Geschickt! Du hast... äh... Ja, schön. Ich war noch länger da, weil... Felix, bitte nicht lachen. Pack dir was Bequemes an. Erzähl! Nein! Hey! Du... Suicide-Boy! Wer ist Felspapa? Dem du nicht mehr vertraust. Oh! 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 Sorry, ich habe es echt versucht. Der hat mich gerade richtig glück angemacht im Spätkauffehler, weil ich jetzt... Geht's noch? Warte, aber die knacken gar nicht. Wandern, Nasat, aus. Was? Wenn ihr mehr schöne Videos sehen wollt oder spannende Videos oder traurige Videos oder auch Videos mit mir, vielleicht komme ich ja auch mal vor, dann abonniert diesen Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann hier klicken. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt da. So, also, wir zählen auf euch und bis später. Das ist nicht nicht sehr viel. Ich habe ja auch noch mal gemacht. Und jetzt werde ich heute reden. Vielen Dank.